Schaffen wir diesmal endlich die 100.000 Euro? So viel habe ich durch Spieleentwicklung im Februar verdient. Durch die Werbung auf meinen YouTube-Paneelen gab es insgesamt 249 Euro. Das Herr Anwaltspiel wurde diesen Monat auf Steam 191 Mal verkauft. Das macht 955 Euro. Nach Steuern und 30% Steam Cut bleiben 541 Euro. Durch die Werbung im Herr Anwaltspiel habe ich diesen Monat insgesamt 1.247 Euro verdient. Und durch mein Co-Affiliate-Deal noch einmal 538 Euro. Hooray!